Herzlich Willkommen liebe Zuschauer bei Xtrain24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Sie sehen uns wieder in unserem Hobbykeller, den wir freundlicherweise vom Norbert zur Verfügung gestellt bekommen haben und ihn einfach geändert haben. Macht auch viel mehr Spaß hier im Keller. Wir haben mal ein bisschen in den Kisten gekramt, aber das ist jetzt nicht Gegenstand unserer Sendung, sondern wir wollen Ihnen heute den zweiten Teil der stromführenden Kupplung zeigen, nämlich den Einbau einer stromführenden Kupplung in ein Zugfahrzeug. Das kann eine Dampflok, das kann eine Diesellok oder eine E-Lok sein. Heute beschäftigen wir uns mit der Marke ESO weiterhin. Im letzten Video haben wir Ihnen ja gezeigt, wie wir die digitale Beleuchtung und die stromführende Kupplung ganz unkompliziert in so einen Wagen einbauen können. Ist also kein Hexenwerk, aber heute wollen wir Ihnen zeigen, dass das auch wirklich funktioniert mit der Stromübergabe an die Lokomotive. Ja, lieber Norbert, deine Einschätzung, ist das ein Werk für den Laien, für den Ungeübten oder sollte man schon ein bisschen was können? Also bei dieser Lok von ESO sollte man doch schon Erfahrung haben, weil wir in dem Fall direkt an der MTC-Schnittstelle die Leitung anlöten müssen. Und die Lok, die wir hier uns vorgenommen haben, hatte ich ja Ihnen vor einer reichlichen Woche ja vorgestellt, die 216 in Ozeanblau-Beige. Ich halte nochmal das Gehäuse hin. Das Fahrzeug steht also in der Kamera, das sehen Sie bereits. Haben wir einfach genommen, weil wir sie noch da hatten mit der Genehmigung, mit der freundlichen Genehmigung von der ESO, dass wir also Ihnen das mal zeigen können. Was brauchen wir jetzt für die Lok? Eine stromführende Kupplung. Auch die zeige ich Ihnen nochmal im Zugehörhandel oder 41001 zu erwerben. Und dann braucht man viel Geduld und Spuck und eine Ruhehand. Ja, also wir nehmen erstmal die normale vorhandene Kupplung raus, setzen dann entsprechend jetzt die stromführende Kupplung ein. Die geht ein bisschen stramm rein, also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein beim Reindrücken. So, als nächster Schritt ist dann die beiden Leitungen oder Litzen vorne durch das Gehäuse durchzufädeln. Und da sollte man wiederum darauf achten, dass die Kupplung beweglich bleibt, dass also die Litze nicht... Einmal die Kupplung beweglich bleibt, aber auch das Drehgestell, dass das nicht verhakt. Gut. Aber das sieht man ja, da lässt man ein bisschen bogen. Du hast es ja schon... Ich habe hier eine Schlaufe gelassen, dass Bewegungsfreiheit ist. Genau. So, jetzt kommt nämlich das etwas Problematische. Wir müssen jetzt an den Pins 22 und 21 unten die beiden Litzen anlöten. Und da die sehr eng sind, zusammensitzen, muss man natürlich da sehr aufpassen, dass man kein Coach, was sich reinlötert. Weil dann kann man eventuell am schlimmsten Fall sich die Lok kaputt machen. Aua. Oder den Decoder. Aua. Also, es sollte wirklich jemand in die Hand nehmen, der sich dann ein bisschen damit auskennt. Ja. Oder er schickt die Lok zu uns. Wir machen das natürlich auch. Ganz klar. Ja. Man muss dann halt immer schauen, an welcher Stelle die Möglichkeit ist, die Stromabnahme abzugreifen. Entsprechend für die Kupplung. Es gibt natürlich einfache Loks. Da ist es dann bei reinen Analogen-Loks, wo man auch Strom für eine Kupplung sich dann eventuell einbauen will. Da ist es teilweise relativ einfach. Da kann auch ein, sagen wir mal, kann man sagen, ungeübter das auch machen. Das kann nicht so viel kaputt gehen. Aber bei so einem elektronischen Teil sollte man schon ein bisschen Da muss man schon aufpassen. So, dann wollen wir natürlich auch die Funktionsprobe machen. Norbert hat also gesagt, wo er die Punkte angelötet hat. Man sieht es auch hier nochmal im Bild. Ja, das sind also diese beiden Punkte, die du gefunden hast aus der Bedienungsanleitung. Aus der Bedienungsanleitung vom Sound-Decoder. Vom Sound-Decoder. So, und habe es dann entsprechend dort jetzt angelötet. Den Decoder lasse ich jetzt draußen, weil für die Funktion, dass es tatsächlich auch funktioniert, brauchen wir den Decoder jetzt nicht. Richtig. So, nun wollen wir natürlich auch sehen, dass es funktioniert. Genau. So, wir setzen den Wagen mal drauf. Also wie gesagt, nochmal, Sie brauchen nur diesen stromführende Kupplung mit der Artikelnummer 41.001, schieben den Schacht ein. Und jetzt kommt der Hinweis für Geübte. Die können das machen. Die können also anhand der Belegung des Decoders finden, wo Sie das ansetzen müssen. Genau. Wenn Sie es sich nicht zutrauen, Sie aber sowas haben möchten, können wir Ihnen das mal anbieten, liebe Freunde. Wir machen das natürlich auch für Sie, sodass Sie eine Stromführende Kupplung an der Lok haben. So, jetzt wollen wir natürlich sehen, dass es funktioniert. Also wie man hier sieht, ist natürlich das gleich nicht zusammenschoben. Also ist dieser Wagen auch weiterhin stromlos. Ich kann die Funktion mal einschalten, da passiert gar nichts. Ja. So, und jetzt kuppeln wir den Wagen an. Und wir haben jetzt entsprechend wieder bei dem Wagen die verschiedenen Funktionen wieder zur Verfügung über die stromleitende Kupplung. Jetzt bin ich sprachlos. Es kommt selten vor, aber jetzt bin ich wirklich sprachlos. Ja. Ja. Tolle Sache. Und der Wagen liefert auch Strom an die Lok. Das auch zusätzlich. Kriegen wir das jetzt, kriegen wir das gezeigt? Nein. Kriegen wir nicht gezeigt. Wird schwierig. Das wird jetzt, doch, das, Moment, das kriegen wir, wir müssen das bloß kurz mal umsetzen. Mal ganz schnell so ganz nebenbei so unseren Techniker gefragt. Was macht er jetzt? Er dreht das ganze Geschiebe um. Wir müssen jetzt natürlich erstmal den Decoder wieder einsetzen. Ah. So. Damit wir auch dann wieder getrennt lassen. Wieder getrennt lassen. Okay. So, jetzt haben wir den ganzen Glatterradsch gedreht. Warum? Weil das der stromlose Abschnitt ist. Wir sehen es auch. Hier ist also keine Gleisverbindung vorhanden. Der einzige Strom, der jetzt hinten anliegt, ist bei dem Wagen, der jetzt den Strom auf diese Lok übertragen soll. Genau. Top, die Wette gilt. Dann versuchen wir mal unser Glück. Ups. Jetzt ist er verkehrt rumgefahren, aber wir sehen, es geht. Gucken Sie sich das an, liebe Zuschauer. Gut. Mehr geht es nicht. Jetzt ist er vom Strom runter. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr fahren. Also müssen wir. So, ja. Der Beweis ist erbracht. In der Naheinstellung sehen wir das. Ich tue gerne noch mal ein bisschen rüber, damit wir es auch wirklich sehen. So. Das ist der Stromabschnitt. Und das ist der... Stromlose Abschnitt. Der Stromlose Abschnitt. Na, warte nochmal. Ich finde es urtoll. Tatsächlich. Gucken Sie sich das an. Ja. So, das ist die ganze Kunst und Herrlichkeit. Ja. So. Das kann man mit jeder Lok und jedem Wagen machen. Tolle Sache. Also, fassen wir zusammen, liebe Zuschauer. Sie brauchen dazu lediglich eine stromführende Kupplung von ESO. Wenn wir ESO-Produkte nehmen, sollte man auch bei ESO-Produkten bleiben. Bauen die ein. Wer sich es zutraut, kann die Löwpunkte sich selbst auf der Platine... Versuchen rauszufinden. Versuchen rauszufinden. Ansonsten sind wir da. Wir machen das auch gerne für Sie. Und der Beweis ist erbracht, dass der Wagen... Wir sehen auch hier wirklich... Hier ist eine Lücke dazwischen. Und das hängt also nicht zusammen. Wir ulken hier nicht rum. Ja. Wir können aber auch mal die Kupplung trennen. So. Und sehen Sie, dass das Licht gerade verloschen an der Lok. Und die Sache ist so in Ordnung. Das ist die ganze Kunst und Herrlichkeit. Was für geübte Leute, die sich ein bisschen auskennen, können das durchaus schaffen. Für die Anfänger, die sagen, das ist nicht so gut, machen wir gerne für Sie. Ja, und das war es eigentlich schon. Ja. Jetzt muss ich wieder aus deinem Keller raus oder gehen wir noch mal in den Kisten und gucken was... Wir können gerne noch mal ein bisschen stöbern gehen. Okay. Ob wir was finden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein paar Anregungen und auch ein paar wichtige Sachen mit auf den Weg geben können. Wie immer unter technik-at-extrem-24.de steht Ihnen Norbert gerne zur Verfügung, um auch weitergehende Fragen zu beantworten. Und wenn Sie sagen, nö, ich lasse mir das einbauen von einem Fachmann, hier sitzt er, ist es also kein Problem. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass wir alle Fragen soweit klären konnten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, auf alle Fälle. Bis zum nächsten Mal. Ihr Frank Wutig. Tschüss.